Das Kind ist da! Meine Güte, Lena, was bist du dünn geworden? Ich hab gewusst, dass du sie wenig lang aushalten musst. Papa! Frau Baronin, bitte seien Sie mir nicht böse, aber es waren viele Arzt. Komm, ich glaub, es ist besser, wenn ich geh. Aber warum? Warum? Wegen damals? Dr. Moser wird sicher eine andere Lösung finden. Matthias! Genau. Meinst du nicht, du hast genug? Ich kann gar nicht genug haben. Du hast deine Verantwortung. Deiner Familie gegenüber. Dem Hotel gegenüber. Lies ich so als des Eines Tages übernehmen. Ach ja? Das ist es also. Ja, deine zukünftige Heimat. Ich würde mir so sehr wünschen, dass du hier glücklich wirst. Wirst du hier bleiben oder gehst du zurück nach Wien? Ich arbeite gern bei Dr. Moser. Ich arbeite gern bei Dr. Moser. Sie kennen sich noch nicht sehr lange. Ein halbes Jahr immerhin. Trotzdem erscheint mir der Hochzeitstermin sehr, wie soll ich das sagen, überalt. Ich freue mich sehr, Ihnen heute die zukünftige Baronin von Rotenstein vorstellen zu dürfen. Meine über alles geliebte Ellen. Matthias. Ich wusste es. Ich hätte zu dir stehen sollen. Ich liebe dich doch. Ich habe immer nur dich geliebt. Ich habe immer nur dich geliebt.